Was zeichnet sich mit Sicherheit durch Qualität aus, die wir in Deutschland produzieren, zeichnet sich aber auch aus durch die Höhenbereitschaft, was den Service betrifft. Wir haben eine sehr hohe Ersatzteilverfügbarkeit, wir haben eine lange Geschäftsbeziehung, eine partnerschaftliche Beziehung zu unseren Kunden und man kann sich auf uns verlassen. Wir haben allein bei diesem Fahrzeug 16 Patente angemeldet. Was ganz wichtig ist, wir erfüllen mit dem Fahrzeug die neueste Abgasnorm, Stage 5 nennt die sich. Das heißt, es ist das umweltfreundlichste Fahrzeug momentan in der Branche. Wir haben mit dem Fahrzeug eine enorm hohe Schubleistung, wir haben es geschafft, den Komfort in der Kabine nochmal deutlich zu erhöhen, sodass der Fahrer sich wohlfühlt in dem Fahrzeug. Wir haben die Bedienung sehr, sehr einfach gemacht, intuitiv. Wir haben eine neue Schildsteuerung, also es sind etliche tolle Ideen eingeflossen, die wir gemeinsam mit den Kunden in den letzten Jahren besprochen haben. Wir haben, das wissen vielleicht gar nicht so viele, vor zwei Jahren den Umweltpreis des Deutschen Skiverbandes gewonnen, weil wir ein nachhaltiges Unternehmen sind. Wir erzeugen 40 Prozent des Stroms, den wir in Laubheim benötigen, selber. und legen aber auch großen Wert darauf bei den Abgasnormen der Fahrzeuge. Wir sind die einzigen, die ein Hybridfahrzeug am Markt anbieten können. Untertitelung im Auftrag des Emperor Grands